Es ist dreiviertel sechs, hier ist TV Bayern live. Herzlich willkommen zu TV Bayern live. Wir beschäftigen uns nun eine Stunde lang mit allen wichtigen Themen, die den Freistaat bewegen. Das Thema Nummer eins dieser Tage ist ganz klar die Flüchtlingsproblematik. Wir werden auch später in der Sendung noch ausführlich darüber berichten. Auch für viele Promis, wie beispielsweise für Til Schweiger, ist das Thema zur Herzensangelegenheit geworden. Und auch unser deutscher Gladiator Ralf Möller wollte Gutes tun und einigen Flüchtlingen zeigen, wie sie ihre Muskeln stählen. Wir waren in der ersten Flüchtlingsmuckibude dabei. Wo er auftaucht, da ist der Medienrummel nicht weit weg. Schließlich ist ja der Hollywoodstar Ralf Möller mit seinen 1,96 Meter auch kaum zu übersehen. Ebenso wenig möchte er die derzeitige Flüchtlingssituation übersehen. Deshalb packt der ehemalige Bodybuilder bei seinem Deutschlandbesuch kurzerhand mit an und verteilt Trainingsgeräte an Einrichtungen für Flüchtlingskinder. Naja, ich habe die Chefredakteurin Patrizia Riekel von der Bunden. Wir hatten vor ungefähr fünf Wochen darüber gesprochen. Sie hat mir erzählt, sie lebt auch hier am Starnberger See, dass es hier ein Jugendheim, eine Herberge gibt, wo Flüchtlinge sind. Er hat überwiegend Jungs im Alter von 12, 13 bis 20. Und ja, dass die eben halt auch, sagen wir mal, Geräte brauchen, Fitnesssache und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ihr habt die Patenschaft da übernommen, das mache ich auch gerne mit. Und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal hierher kommen möchte und mit den Jungen es einfach ein bisschen trainieren. Und dann sagt er, ja, das mache ich gerne, aber ich mache noch mehr, ich bringe auch ein bisschen Sportgeräte mit. Ralf Möller engagiert sich bereits seit Jahren für den Nachwuchs und die Integration. So unterstützte er schon 2012 die Kampagne Deutsch lernen, Deutschland kennenlernen oder das Projekt Herausforderung Zukunft im Mai vergangenen Jahres. Für ihn eine Selbstverständlichkeit. Ich bin schon seit über zehn Jahren, damals mit Ursula von der Leyen als Familienministerin, habe ich Schulen besucht, schon immer für Migrationshintergrund mich immer eingesetzt. Unternehmer an die Schulen gebracht, unter dem Thema starke Typen, damit Vorurteile abgebaut werden und die Jugendlichen die Chance bekommen, einen Praktikumplatz zu machen. Ja, und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie fit die sind, die Jungs. Auch wenn der Besuch bei den Jugendlichen nur wenige Stunden andauert. Einmal mit dem Hollywoodstar gemeinsam zu trainieren, ist eine willkommene Abwechslung und wird garantiert nicht so schnell vergessen werden. Auch in den Münchner Kammerspielen tut sich was in Sachen Flüchtlingsthematik. Ein Open Border Kongress und mehrere kleine Veranstaltungen werden dort organisiert. Und ja, gespielt wird auch noch. Mit insgesamt sechs neuen Produktionen starten die Münchner Kammerspiele unter der neuen Intendanz von Matthias Lilienthal in die neue Spielzeit. Hier der Kaufmann von Venedig, von William Shakespeare. Ein radikales Zerrbild einer Gesellschaft, in der der schnöde Mammon das Drinnen oder das Draußen bestimmt. Wenn ich irgendwie zu lockere Lebensart geschrumpft bin, als auf die Dauer meine schwachen Mittel es mir erlauben. Ich beschwere mich nicht, dass mir jetzt der große Stil versagt ist. Ich frage mich einer nur, wie ich meine, ähm, wie ich meine großen, wie ich meine großen Schulden kilden soll. Aua, aua! Schuldenschnitt fällt aus. Der Kaufmann von Venedig, ab sofort in der Kammer 1. So heißt jetzt das Schauspielhaus mit der großen Bühne. Die passen, stopp. Okay, auf die Korte. Stopp. Ein Terrorist legt sich ins Bett und wird in die Luft gesprengt. Dabei untersucht diese Performance in erster Linie die Verwendung von Bildern in Kriegen. O2 Joy heißt die Uraufführung des libanesischen Künstlers Rabim Rueh, die in den nächsten Wochen in der Kammer 2 zu sehen ist. Der neue Name für die Spielhalle in den Münchner Kammerspielen. O2 Joy ist ein sperriges Plädoyer für den Weltfrieden. Was nicht normal ist, erscheint uns allmählich als normal. Wir müssen lernen, unsere Augen zu schützen vor dem Leben und der Tagesordnung, um das Verbrechen wieder als Verbrechen zu sehen. We have actually to learn how to protect our eyes from life in order to see the crime as a crime. O2 Joy. Die Entstehung von politischen Konflikten, Gewalt und Gegengewalt, Terror gegen Terror. Ab sofort in der Kammer 2. Außerdem findet in den Münchner Kammerspielen der sogenannte Open Border Kongress statt. Von Freitag bis Sonntag gibt es an zwölf Spielorten Vorträge und Diskussionen, Theater, Performance, Filme, Workshops und vieles mehr. Die Themen Flucht, Ankunft und Asyl. Das ist ein Kongress, der versucht zu sagen, wie geht es Geflüchteten in Deutschland, was sind gute Unterbringungsmöglichkeiten, wie ist die Historie davon zustande gekommen. Und es versucht einen mit der Münchner Gesellschaft, die sich ja wirklich in der Frage von Flüchtlingen unglaublich positiv engagiert, zusammen sich auf einen gemeinsamen Informationsstand zu bringen. Wir laden eigentlich Menschen ein, die erstmal eine gewisse Grundübereinkunft darin haben, zu sagen, das ist eine Situation, die wir meistern wollen und müssen. Wir haben da eine globale Gesamtverantwortung. Wir können nicht als reiche Europäer so tun, als ginge uns das alles nichts an. Das Problem beginnt auch nicht erst an der deutschen Grenze, sondern es beginnt viel, viel früher, natürlich bei den Fluchtursachen. Diese Situation müssen wir angehen. Ziel ist es, sich auch weiterhin für eine Einwanderungsgesellschaft mit offenen Grenzen einzusetzen. Und so kann man am Kongress teilnehmen. Ja, es gibt verschiedene Karten. Es gibt einmal, kann man für einen einzelnen Tag eine Karte kaufen, da kriegt man ein Bändchen und die berechtigt einen dann, alle Veranstaltungen, die an diesem Tag stattfinden, zu besuchen. Unter dem Vorbehalt, dass sie einen Platz dann bekommen. Weil es ist so, wir verkaufen 600, 700 Karten und dann gibt es viele Veranstaltungen, die parallel stattfinden. Und dann muss man sich seinen Weg suchen. Wir haben ganz viele Helfer an dem Wochenende, die die Leute lenken und in die Räume bringen. Und dann kann man aber auch eine Dreitageskarte kaufen. Das heißt, da kann man drei Tage lang von Freitag bis Sonntagnacht alle Veranstaltungen besuchen. Flüchtlinge haben freien Eintritt. Der Open Border Kongress vom 16. bis 18. Oktober in den Münchner Kammerspielen. Knapp zwei Wochen ist die Wiesn jetzt schon vorbei, aber wir erinnern uns jetzt nochmal an das größte Volksfest der Welt, ans Oktoberfest. Wir kommen nämlich zu den Gewinnern unseres CW Wiesn-Gewinnspiels. Vielleicht erinnern Sie sich noch? Gewinnen Sie mit TV Bayern Live und mein CW Fotobuch, eine Fotoleinwand oder ein Fotobuch für Ihre schönsten Familienfotos. Alles, was Sie dazu machen müssen, ist, Ihr schönstes Foto von Ihrem Volksfestbesuch und der Geschichte, die dahinter steckt, per E-Mail an uns zu schicken. Die besten Fotos werden am Ende bei uns in der Sendung präsentiert. Schicken Sie uns Ihre E-Mail an gewinnen-at-tv-bayern-live.de und mit etwas Glück können auch Sie demnächst Ihr schönstes Familienalbum in Ihren Händen halten. Präsentiert von mein CW Fotobuch, mein Leben. So, und wir haben die Gewinner ausgelost gezogen aus den zahlreichen Einsendungen. Und einen Gutschein über 100 Euro bei CW hat gewonnen Dominik Zöllig aus dem fränkischen Weißenburg. Und jeweils ein Fotobuch im XXL-Format gewinnen Melanie Klaassen, Helga Gaser und Christina Behler. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sind aber gleich zurück. Bleiben Sie dran. Der Wahnsinn, wenn das CW Fotobuch vor einem liegt. Da denkt man sich, das kann gar nicht sein. Die Qualität der Bilder ist wirklich hervorragend. Also so, dass ich wirklich sage, genauso war es, wie wir dort waren. Und das ist wirklich wow. Mein CW Fotobuch, mein Leben. Ich war noch niemals in New York. Zum ersten Mal in Bayern. Freuen Sie sich auf das Musical mit den unvergesslichen Liedern von Udo Jürgens. Die schönste Erinnerung an ein Genie. Ich war noch niemals in New York. Jetzt im Deutschen Theater München. Ich brauche, um mir eine Meinung zu bilden, keine Zeitung. Ich möchte auch irgendwie überrascht werden mit interessanten Artikeln. Also für mich ist diese ganze Zeitung jetzt auch nicht so was Ernstes. Die wirkliche Wirkung einer Zeitung ist natürlich, dass ein Mensch sich praktisch in seiner Haltung justiert. Dass man sich da auch ein bisschen dran reiben kann. Manchmal wünscht man sich auch tatsächlich irgendwie die Person zu packen und zu sagen, sag mal, hast du da geschrieben? Jetzt kaufen. Alpin. Das Bergmagazin. Diesmal im Heft über alle Berge. Abenteuer Transalp. Südtirol. Hüttenidyll zum Genusswandern. Dazu im Test Tourenski. Plus zwei Extras Tiefschneetage. Küthai und Kleinwalsertal. Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Geld statt Brot. Über 35 Einbrüche in oberfränkischen Bäckereifilialen. Probieren geht über Studieren. Pass aus Erstsemester beim Leberkäseempfang. Und Bayern kann es nicht alleine. Eine Seehofer fordert Berliner Solidarität in der Asylpolitik. TV Bayern live. Willkommen zurück. Ministerpräsident Horst Seehofer spricht von der Kapitulation des Rechtsstaats. Er attackiert Bundeskanzlerin Merkel scharf. Ihre Wir-schaffen-das-Politik möchte der CSU-Chef offensichtlich nicht unterstützen. Eindrücke seiner Regierungserklärung. Lediglich der Applaus von Markus Söder wirkte etwas gequält für seinen Chef, den Ministerpräsidenten. Doch das Gesagte von Horst Seehofer fand in der CSU-Fraktion offenbar einigen Anklang. In seiner Regierungserklärung zur Flüchtlingspolitik im Bayerischen Landtag erhöhte Seehofer den Druck auf Kanzlerin Merkel. Ordnung und Inhalt seien nun notwendig. Taten statt nur warmer Worte. Es gilt zurzeit keine Ordnung. Es gilt kein Vertrag. Es gilt kein Gesetz. Und meine Damen und Herren, ich hätte mir nie vorstellen können, in meiner gesamten politischen Laufbahn, dass ich mich als Ministerpräsident des Freistaats Bayern dafür rechtfertigen muss, wenn ich dafür werbe, den Rechtsstaat wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, meine Damen und Herren. Anders die Opposition. SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher warf Seehofer Stimmungsmache gegenüber der Bundeskanzlerin vor und sprach von Kraftmeierei. Der Ministerpräsident hat heute Tatkraft simuliert und vorgetäuscht. Er hat Scheinlösungen präsentiert. Er ist bewusst in vielen Bereichen im Wagen geblieben und hat konkrete, handhabbare Lösungsvorschläge nicht vorgelegt. Diese Regierungserklärung war eine Demonstration der Hilf- und Machtlosigkeit. Wenn Sie Ehekrach haben, Herr Seehofer, dann lassen Sie sich scheiden. Aber es ist schwerlich zuzuhören, dass hier Rot und Schwarz ihre Berliner Koalitionsstreitigkeiten im Bayerischen Landtag austragen, dass sie sich hier gegenseitig Unfähigkeit vorwerfen. Nach Angaben Seehofers kamen seit Anfang September rund 300.000 Flüchtlinge in Bayern an. Die Grenze der Belastbarkeit vieler Kommunen sei erreicht. Doch die Alarmsignale der Landräte und Bürgermeister würden in Berlin nicht gehört, kritisierte Seehofer. Zugleich wiederholte der bayerische Ministerpräsident, Transitzonen einzurichten und die Zahl der Zuwanderer zu begrenzen. Es wird nicht gehen, ohne Begrenzung der Zuwanderungszahlen. In rechtsstaatlich, einwandfreier Weise, mit einer klaren politischen Konzeption. Aber, meine Damen und Herren, ohne Begrenzung der Zuwanderung werden wir als staatliche Gemeinschaft in Deutschland und Europa grandios scheitern. Die Flüchtlinge werden die Transitzone über die Wiesen und Wälder, Berge und Täler umgehen. Und deshalb sagen wir als SPD klipp und klar, Warte- und Registrierungszentren bitte ja, so haben wir es am 24. September gemeinsam vereinbart. Aber Masseninternierungslager unter Aushöhlung des Individualrechts auf Asyl kann und wird es mit der Sozialdemokratie nicht geben. Seehofer bleibt dabei. Er schiebt die politische Verantwortung dem Bund zu, wo die CSU im Übrigen immer noch mitregiert. Die Flüchtlingskrise in Bayern und ganz Deutschland spitzt sich immer weiter zu. Landräte und Oberbürgermeister der betroffenen Grenzregionen wissen nicht mehr weiter. Die Frage, wohin mit den tausenden Flüchtlingen, kann keiner mehr wirklich beantworten. Jetzt gab es hierzu ein Spitzentreffen in Deggendorf. Das geheime Spitzengespräch zur Flüchtlingskrise in Deggendorf. Große Hoffnungen, doch am Ende kam wenig Neues dabei heraus. Der erwartete Paukenschlag aus der bayerischen Ecke, ein potenzieller Aufnahmestopp, blieb nach wie vor mehr Drohung, denn harte Tatsache. Doch das Gespräch zwischen Ministerpräsident Horst Seehofer, seinen zwei Ministern und den Politikern der betroffenen Grenzregionen zeigte einmal mehr, Der Ruf danach wird aus den eigenen Reihen immer lauter. Die einzige mittel- und langfristige, auch kurzfristige Problemlösung wäre den Zuzug nach Deutschland zu begrenzen, was ich hier bekanntermaßen für politisch unumgänglich halte. Das ist auch zugleich die einzige verantwortbare Lösung. Seehofer lehnt die politische Verantwortung für die Flüchtlingskrise ab. Seiner Ansicht nach sei das die Aufgabe des Bundes. Dieser müsse sämtliche Unterbringungsmöglichkeiten wie beispielsweise auch belegte Kasernengelände für Flüchtlinge in Erwägung ziehen. Denn fest steht schon jetzt, sollte der Zustrom in dieser Form anhalten, müssen die Kommunen bis Weihnachten die Unterbringungsmöglichkeiten verdoppeln. Ich habe die vertreten kann, es werden drei größere Hallen, alle anderen würden wir alle politischen Versprechungen, alle Hilfeleistungen der dortigen Gemeinden über den Haufen werden, das würde mit mir nicht passieren. Dann ist das nicht mehr mein Land und nicht mehr mein Landkreis, das werde ich nicht durchsetzen. Seehofer versicherte auch in Zukunft, keine privaten Gebäude für die Flüchtlinge zu beschlagnahmen. Rund 2,5 Millionen Euro täglich. So viel kosten den Spediteuren die Kontrollen an Bayerns Grenzen. Auf den Autobahnen stehen Lkw in kilometerlangen Staus. Kunden können nur verspätet oder gar nicht beliefert werden. Damit gehen auch viele Aufträge verloren. Und noch ein Problem, die Brummifahrer können durch den Stau ihre Fahrzeiten und vor allem die gesetzlichen Pausen kaum noch einhalten. Wer nach Bayern will, steht erstmal im Stau. So ergeht es derzeit tagtäglich Lastwagenfahrern, die kaum noch ihre Kunden beliefern können. Ein Millionenschaden für Transportunternehmen. Besonders betroffen ist der regionale Grenzverkehr. Das heißt, die fahren mehrmals am Tag über die Grenze und stehen damit auch mehrmals am Tag im Stau. Zum Beispiel, wir liefern sehr viel Treibstoff nach Tirol, auch Schüttgut, wo wir sehr viel nach Tirol fahren, für die Holz-Werkstoff-Industrie. Und für diese Fahrzeuge verlieren wir sicherlich am Tag eine bis zwei Fahrten, die wir nicht mehr erledigen können. Es entstehen höhere Personal- und Spritkosten. Für verspätete Lieferungen zahlen die Transporteure meist hohe Strafen. Durch den Stau auf den Autobahnen können viele Fahrer weder ihre Lenkzeiten noch ihre Ruhepausen einhalten. Hinzu kommt, dass sich bereits viele Lastwagenfahrer weigern, nach Großbritannien zu fahren. Sie fürchten, dass Flüchtlinge unbemerkt auf die LKWs aufspringen. Wenn wir jetzt jemanden auf dem Fahrzeug hätten, der sich nach England schmuggeln möchte und wir werden erwischt, dann sind wir als Firma automatisch im Straftatbestand Schlepper oder Schleuser und kriegen dementsprechend hier Strafen aufgebrummt. Mehr Lastwagenfahrer können die Transporteure nicht einsetzen. Es gibt einfach keine. Solange der Flüchtlingsstrom nicht abreißt, ist auch der freie Personen- und Warenverkehr eingeschränkt. Und was sonst noch los war im Freistaat, das haben wir jetzt mal ganz kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Hier kommt unser Nachrichtenüberblick. Bayern reagiert auf die immensen Flüchtlingszahlen. Insgesamt sollen 2000 zusätzliche Stellen in den Bereichen Verwaltung, Polizei und Justiz geschaffen werden. Außerdem stockt die Regierung vor allem im Bildungssektor auf. So sollen 1700 weitere Arbeitsplätze an Schulen entstehen, wie Horst Seehofer ankündigte. Immer mehr Flüchtlinge werden an den Schulen in sogenannten Integrationsklassen betreut. Dies sei nur mit mehr Personal zu stemmen. Insgesamt veranschlagte die Regierung für das Sonderprogramm im kommenden Ausgaben in Höhe von 489 Millionen Euro. Das Kulmbacher Museumsareal in der früheren Mönchshofbrauerei ist um ein Highlight reicher. In der oberfränkischen Stadt ist nun das Gewürzmuseum eröffnet worden. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern lassen sich Gewürze mit allen Sinnen erleben, so das Versprechen der Betreiber. Hinter dem Gewürzmuseum stehen der Verein Bayerisches Brauerei und Bäckereimuseum sowie Stadt- und Landkreis Kulmbach. Die Kosten belaufen sich auf 3,8 Millionen Euro. 1,6 Millionen davon hat das Bayerische Landwirtschaftsministerium beigesteuert. Begrüßung neuer Studenten. Das Wintersemester 2015-2016 hat für Bayerns Studenten begonnen. Für die 3.325 Studierenden an der Universität Passau ein schmackhafter Start in ihr erstes und zweites Semester. Denn sie wurden offiziell mit einem Leberkäsempfang begrüßt. 260 Kilogramm Leberkäse, 40 Kilogramm Emmentaler, 3000 Semmeln, 400 Liter Bier und 350 Liter Radler wurden an die Anwesenden verteilt. Nach dem Amoklauf in Leutershausen bei Ansbach hat die Kriminalpolizei jetzt die Ermittlungen abgeschlossen. Aussagen zum Motiv hat der 47-jährige Täter bisher nicht gemacht. Ein psychologisches Gutachten soll jetzt mehr Klarheit bringen. Dieses werde für die nächsten Wochen erwartet. Der Mann hatte im Juli im Raum Ansbach bei einem Amoklauf zwei Menschen getötet. Nach kurzer Zeit konnte er an einer Tankstelle durch das mutige Eingreifen der Mitarbeiter festgenommen werden. Der 47 Jahre alte Mann stand zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Drogen. Wer im oberfränkischen Landkreis Coburg seine Brötchen als Bäcker verdient, der hat es derzeit nicht leicht. Denn nicht nur dort, sondern auch in der Oberpfalz werden derzeit massenweise Bäckereien ausgeraubt. Dabei geht es den Dieben nicht um Rosinenbrötchen oder Croissants. Die dreisten Einbrecher sind vor allem auf Bargeld scharf. Hintergründe. Die Schäden sind noch deutlich zu sehen am Fenster einer Bäckereifiliale im Landkreis Coburg, in die in der Nacht zum vergangenen Sonntag eingebrochen worden ist. Nur einer von vier Fällen in dieser Nacht. Ein mulmiges Gefühl für die Mitarbeiter. Ja, ich komme früh zum Schicht und da war Chaos. Schon angespannt ein bisschen, aber es geht. Muss man überbrücken alles. Die Fälle aus Coburg sind nur die jüngsten einer Serie, die mit zehn Fällen in der nördlichen Oberpfalz begonnen hat. Als die Einbrüche dort aufhören, häufen sich dafür die Taten in Oberfranken. Immer nach dem gleichen Muster. Also insbesondere seit Anfang September verzeichnen wir in Oberfranken rund 25 Fälle, die möglicherweise dieser Serie zuzuordnen sind. Sowohl die Grippehof als auch Bayreuth, Bamberg und eben jetzt Coburg sind in die Sachbearbeitung mit eingebunden und arbeiten hier sehr eng zusammen. Es werden ja auch an den Tatorten entsprechend Spuren gesichert. Und auch die Auswertungsergebnisse werden natürlich miteinander verglichen, um so effektiv ermitteln zu können. Wir können derzeit nicht ausschließen, beziehungsweise es weist auch einiges darauf hin, dass es sich möglicherweise hier um den gleichen Täterkreis handelt. Eine eigene Ermittlungsgruppe gibt es bisher nicht. Ganz direkt will die Polizei auch nicht von einer Bande sprechen. Der Eindruck allerdings lässt sich kaum leugnen. Die bisherige Beute etwa 20.000 Euro. Der Sachschaden dürfte noch um einiges höher liegen. Eine Täterbeschreibung gibt es trotz der vielen Fälle bisher nicht. Die Polizei ruft lediglich direkte Tatzeugen auf, sich zu melden. Die Berge des Voralpenlandes sind wieder mit Schnee bedeckt. Viele Meteorologen sprechen von den Vorboten eines Jahrhundertwinters. Aber schauen wir erst mal, wo die Reise in den nächsten Tagen hingeht. Hier die Aussichten. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie zu Ihrem Bayernwetter. Das war ja heute mal eine gelungene Überraschung in einigen Teilen Südbayerns, dass sich die Sonne endlich mal wieder zeigte. Man hatte sie ja schon fast vergessen. Im Laufe der Nacht ziehen dann schon wieder neue Wolken auf. Meistens erst in der Südhälfte etwas kräftiger. Nach Norden hin im Laufe der Nacht dann auch immer wieder mal ein paar Spritzer Regen. Das Ganze bei Werten zwischen 2 bis 3 Grad in den Hochlagen Richtung Donau und Richtung München. So um die 5, in Niederbayern auch mal 6 Grad. Aber weltberühmt ist das natürlich nicht. Eine sehr frische Nacht wird das. Gucken wir dann auf den Sonntag in Franken. Da sehen wir, es kann hin und wieder mal aufbrechen, beziehungsweise die Wolkendecke kann aufreißen. Das Ganze bei höchstens 8 bis 9 Grad. Aber eine gute Sache ist an dem Wind. Der ist nämlich nur sehr, sehr leicht unterwegs aus Nordost bis Nord. Und da kühlen die Temperaturen auf der Haut nicht noch mehr ab. Das heißt also, 8, 9 Grad ist dann wirklich gefühlt auch das unterste Niveau. In Richtung Oberpfälzerwald erstaunen sich die Wolken noch ein bisschen mehr. Da ist es wirklich so eine richtig dichte Wolkendecke hin und wieder. Tröpfelt es daraus Richtung Süden Passau-Landshut. Kann es auch noch ein bisschen kräftiger regnen. Das Ganze bei meistens 7 bis 9 Grad. Und der Wind, naja, recht einfältig mit Windstärke 1 aus nördlichen Richtungen. Ganz im Süden Bayerns, da sieht es leider auch nicht besser aus. Die sonnigen Momente sind dort vorbei vom Samstag. Dann wird es besonders am Alpenrand regnen bei 6 bis höchstens 9 Grad. Und der Wind auch dort zu vernachlässigen. Meistens aus nord- bis nordöstlichen Richtungen zum Alpenrand auf nordwestdrehend. Aber jetzt kommt das Gute zum Schluss, zumindest in den Aussichten. Das zeigt sich dann am Montag noch nicht. Dann halt eben noch viele Wolken und Regen. Ein sehr, sehr zarter Windhauch bei Windstärke 1. Anders kann man es nicht beschreiben. Am Dienstag noch mal ziemlich bewölkt das Ganze. Aber ab Mittwoch, und das verspreche ich Ihnen jetzt, sieht es danach aus, dass das Wetter endlich ein bisschen harmonischer wird, dass die Sonne ein bisschen häufiger rauskommt. Und dann steigen die Temperaturen langsam etwas an. Es ist überwältigend, wenn man das Buch zuerst einmal in der Hand hat. Wow! Man könnte die ganze Reise nochmal nachvollziehen, Seite für Seite. Zu jedem Bild kommt uns wieder etwas in den Sinn, was wir damals erlebt haben. Und grossartig. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Ich war noch niemals in New York. Zum ersten Mal in Bayern. Freuen Sie sich auf das Musical mit den unvergesslichen Liedern von Udo Jürgens. Die schönste Erinnerung an ein Genie. Ich war noch niemals in New York. Jetzt im Deutschen Theater München. Ich brauche, um mir eine Meinung zu bilden, keine Zeitung. Ich möchte auch irgendwie überrascht werden mit interessanten Artikeln. Also für mich ist diese ganze Zeitung jetzt auch nicht so was Ernstes. Die wirkliche Wirkung einer Zeitung ist natürlich, dass ein Mensch sich praktisch in seiner Haltung justiert. Dass man sich da auch ein bisschen dran reiben kann. Manchmal wünscht man sich auch tatsächlich irgendwie die Person zu packen und zu sagen, sag mal, das hast du da geschrieben. Jetzt kaufen Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft über alle Berge. Abenteuer Transalp. Südtirol. Hüttenidyll zum Genusswandern. Dazu im Test Tourenski. Plus zwei Extras Tiefschneetage. Küthai und Kleinwalsertal. Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Fluch oder Segen, wenn es um die Kreuzfahrtschiffe in Regensburg geht, sind die Meinungen sehr gespalten. Wir haben uns umgehört an der Donaulände und in der Altstadt, bei Passanten und beim Handel. Ein Stimmungsbild. 1300 Kreuzfahrtschiffe legen dieses Jahr in Regensburg an. Sechs riesige Luxusdampfer liegen an manchen Tagen an der Donaulände. Und dann gehen sie von Bord. Hunderte neugieriger Touristen aus aller Herren Länder. Nicht immer zur Freude der Regensburger. Es ist sehr nervig. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt und es ist sehr nervig, weil man nicht vorankommt. Und dann stehen die unten am Hafen und ich wohne da an dieser Kante da an der Donau entlang. Und es ist sehr nervig. Nicht schön. Sehr unschön. Und wenn dann diese großen Gruppen, auch von den Schiffen, die laufen ja meistens in einem Pulk, finde ich das schon störend. Dann noch das Vorurteil. Die bringen doch der Stadt nichts. Geschlafen und gegessen wird an Bord, dann eine kurze Stadtführung und weiter in den nächsten Hafen. Und in der Tat kehren diese beiden Australierinnen schon am späten Vormittag aufs Schiff zurück. Was bringt Ihnen der Tag in Regensburg? Es ist gut, einen Fremdenführer vor Ort zu haben. Die waren hervorragend. Wir gehen nochmal zurück. Wir essen nur schnell was und dann verbringen wir den ganzen Nachmittag in der Stadt beim Shoppen. Eure Wirtschaft unterstützen. Unterstützen die Kreuzfahrtouristen wirklich die örtliche Wirtschaft? Der Verein Faszination Altstadt Zusammenschluss vieler Kaufleute hat seine Mitglieder befragt. Das Ergebnis? Zwei Drittel profitieren von den schwimmenden Hotels. Also profitieren tun auf jeden Fall die Bekleidungshändler, dann die, die Souvenirs anbieten, auch Süßigkeiten natürlich. Weniger profitieren vielleicht zu Optiker oder auch manchmal in der Parfümerie. Ich glaube, das haben die Kunden schon dabei auf dem Schiff. Franz Maas von der Reisetasche in der Touristenmeile Goliathstraße kann den Ärger mancher Regensburger über die vielen Touristen gar nicht verstehen. Man merkt es auch, wenn man sagt, Januar, Februar, März, wo kein Schiff anliegt, da taudelt es bei uns in der Stadt her. Weil kein Mensch da, also die Regensburger Gärer leider nicht mehr so in die Stadt einkaufen. Und die vermissen wir natürlich, würden uns wieder freuen, wenn die kommen würden. Und dann, wenn der April losgeht und die Schiffe wieder da sind, dann ist plötzlich wieder Leben da in dieser Stadt. Und eine Stadt ohne Leben ist ja, dann kann ich gleich aufs Land rausgehen. Durch die Kreuzfahrer werden ganze Geschäfte vom Aussterben gerettet und sogar neue Arbeitsplätze geschaffen, bestätigt Robert Nusslan vom Hutkönig am Domplatz. Und wir haben seitdem die Kreuzfahrtschiffe hier in Regensburg anlegen, viele Touristen, die dafür gesorgt haben, dass wir sechs neue Arbeitsplätze, Vollzeitarbeitsplätze schaffen konnten, die aufgrund des Schiffstourismus hier bei uns arbeiten können. Der Handel profitiert also von den Schiffen, genauso wie die örtlichen Gästeführer. Trotzdem ist das erklärte Ziel der Touristiker in ganz Ostbayern ja, weniger Tagestouristen, mehr Übernachtungen. Jeder Tourist gewinnoptimiert. Doch selbst das steht laut Sabine Thiele von der Tourismus GmbH nicht im Widerspruch zu den Kreuzfahrtschiffen. Wir haben festgestellt, dass die Amerikaner ganz oft kommen mit dem Kreuzfahrtschiff und nachher nochmal wiederkommen, um länger zu bleiben und dann auch die Stadt intensiver zu erleben. Wie also den Segen für Regensburg erhalten und den Fluch für einzelne Regensburger abwenden? Regensburg lebt natürlich davon. Keine Ahnung, irgendwie. Ich wüsste nicht, wie man da einen Ausweg finden sollte. Aber wenn einer gefunden werden würde, wäre ich definitiv dafür. Ich glaube schon, dass es da Abhilfsmöglichkeiten gibt. Also von 1000 Anlandungen betreuen wir selbst ungefähr 300 Schiffe im Jahr. Wir haben die Regel nur 25 Gäste pro Guide. Also das ist eine selbst auferlegte Regel, die wir uns von Anfang angegeben haben, wenn unsere Schiffe unterwegs sind oder unsere Kunden mit 25. Das ist noch nicht überall so. Ich kann mir aber vorstellen, dass zum Beispiel beim Runden Tisch Altstadt eine Initiative in Regensburg gestartet werden könnte, wo man sich selber auferlegt, diese 25-Personen-Regel für alle Anbieter in Regensburg durchzusetzen. Das wäre doch eine gute Maßnahme. Mit kleineren Gruppen könnten alle gut leben. Kreuzfahrer, Gästeführer, Handel und die Regensburger. Der Allgäuer Flughafen in Memmingen ist seit Jahren ein aufreger Thema. Befürworter sehen im Airport einen großen Wirtschaftsmotor. Doch für viele ist der Flughafen ein Millionengrab. Trotzdem will der Landkreis Neu-Ulm jetzt wieder Geld in den Flughafen stecken. Eine umstrittene Entscheidung. Der Allgäuer Airport schreibt regelmäßig rote Zahlen. Trotzdem will der Landkreis Neu-Ulm rund 290.000 Euro in den Flughafen investieren. Da drängt sich die Frage auf, wieso? Wir fragen nach beim Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger. Die Mehrheit war der Meinung, dass es vielleicht nicht die Wirtschaft ist, die diesen Flughafen raucht. So allgemein lässt sich das nicht sagen. Aber es sind doch einige bedeutsame Unternehmen auch im Landkreis Neu-Ulm, die diesen Flughafen benötigen. Und dann glauben wir, dass viele Menschen, also in vielen Gesprächen wurde mir das auch in letzter Zeit mitgeteilt, viele Menschen diesen Flughafen nutzen. Insofern ist er auch ein sogenannter weicher Standortfaktor für uns, ein nice to have. Der Flughafen sucht händeringend nach Investoren. Denn nur mit frischem Geld können Start- und Landebahn ausgebaut werden. Der Grünen-Kreisrat Franz Schmidt hält wenig von solchen Plänen. Also wenn nicht ein Riesenanteil an öffentlichen Geldern drin stecken würde, dann wurde in Memmingen längst nicht mehr geflogen. Und jetzt wird praktisch die Flucht nach vorne angetreten. Die Schulden sollen irgendwie wegkommen mit neuen Geldern. Die Neu-Ulmer Investitionen fließen nicht direkt in den Flughafen. Ziel sind die umliegenden Gewerbegebiete. Wir bekommen also einen Anteil an Grundstücken und auch an Gebäuden und haben dafür auch eine gewisse, nicht hundertprozentige, aber eine gewisse Sicherheit. Das sehen die Kritiker anders. Sie warnen davor, dass durch die Gewerbegebiete zusätzliche Kosten entstehen könnten. Zum Beispiel durch den Abbau von Altlasten. Also ich will mal nicht von Ökologie sprechen oder vom Lärmschutz. Das ist bekannt und Sie wissen ja, es sollen auch die Flüge in die Nacht ausgedehnt werden. Und ich denke, der Landkreis Neuheim hat andere Aufgaben, als sich an einer Grundstücksgesellschaft außerhalb des Landkreises zu beteiligen. Sicher ist aber noch nichts. Am 22. November stehen in Memmingen und im Unterallgäu Bürgerentscheide an. Dort will man auch investieren. Stimmen die Menschen gegen die Pläne, will auch der Landkreis Neu-Ulm einen Rückzieher machen. Ob Siemens, Daimler, Audi oder die Deutsche Telekom. Diese Firmen sind oftmals händeringend auf der Suche nach Azubis. Ausbildungsstellen sind oft nur schwer zu besetzen. Hier kommen erneut die Flüchtlinge ins Spiel. Sie sollen genau diese Lücken füllen. Auch die Politik will die Integration durch Arbeit und Ausbildung jetzt forcieren. Die Flüchtlingskrise ist für Ministerpräsident Horst Seehofer die größte Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft seit der Wiedervereinigung. Daher haben als Erste in Deutschland der Freistaat Bayern, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die beiden Wirtschaftskammern und die Bundesagentur für Arbeit, eine Vereinbarung zur Integration durch Ausbildung und Arbeit von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit hoher Bleibeperspektive unterzeichnet. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft wird hier 6,7 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das wird noch aufgedoppelt von der Bundesanstalt für Arbeit und wird noch unterstützt durch die Bayerische Staatsregierung. Wir sagen ja in Bayern nicht nur, wir schaffen das, wir sagen, wir machen das. Die größten Herausforderungen liegen beim Spracherwerb, der Kompetenzfeststellung, der Qualifizierung und der ganzheitlichen Betreuung dieser Menschen. Es wird eine gemeinsame Aufgabe sein, weil letztlich die bayerischen Betriebe auch die Menschen einstellen müssen. Aber wir haben eine ganz starke Verantwortung, wenn es darum geht, Wege und Brücken in Ausbildung und Arbeit zu bauen. Und wir haben heute eine ganze Menge an Kooperationsprojekten mit der Bayerischen Wirtschaft, der VBW, etwa der HWK und IHK besprochen, um Jugendliche und Erwachsene in Arbeit zu bringen und Ausbildung. Und wir werden zusätzlich weitere Programme auflegen, um diesen Menschen eine Perspektive zu bieten. In das Maßnahmenpaket investieren alle Beteiligten zusammen mehr als 50 Millionen Euro. Damit soll bis Ende nächsten Jahres 20.000 Flüchtlingen ein Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz angeboten werden. Bis Ende 2019 erhoffen sich die Vertragspartner 60.000 erfolgreiche Arbeitsmarktintegrationen. Fremde Gesichter machen manchen Menschen Angst. Bei Schafen ist das übrigens genauso. Doch erfahrene Züchter wissen, wie diese Angst überwindet werden kann. Genau, wir bleiben beim Thema mit Integration. Makai heißt dieser Hütehund. Sein Züchter ist ein Bayern-Fan. Wie der Fußballer ist auch der Schäferhund auf grünem Rasen kaum zu bremsen. Seine vierbeinige Mannschaft hat ihn als Spielführer längst akzeptiert. Auch wenn er ein ganz anderes Gesicht hat als die meisten Schafe hier. Doch Stopp! Zwei dieser Schafe sehen dem Schäferhund ziemlich ähnlich. Zumindest was die Gesichtsfarbe betrifft. Genau deshalb hat sie der Schäfer auch in seine Herde gesteckt. Der Hintergrund ist der, dass die Schafe nicht vor dem schwarzen Tier Angst haben. Egal was das ist, ob das ein schwarzer Schaf ist, ein schwarzer Hund oder ein schwarzer Mensch. Weil wenn wir etwas Schwarz sehen, dann sind wir etwas Schwarzes gewohnt. Und das ist ganz schlimm eigentlich. Weil ich habe das schon mal gehabt, dass ohne schwarze Schafe, dann laufen die einen halben Tag ohne ganz wild. Wild und unruhig vor lauter Angst sind die Tiere nicht mehr, seit Franz Lachner die beiden schwarzen Schafe in seiner Herde hat. Die besteht momentan aus 110 Mutterschafen und 70 Lämmern. Die bleiben auch draußen, wenn es ungemütlich wird. Zum Beispiel im nasskalten Herbst. Die bleiben so lange draußen, bis das Futter findet. Und das schwarze ich dann auch den Schnee auf den Seitenschirm oder weggeraten mit der Fufe. Und dann, wenn unten ein Futter drin ist, finden sie immer was. Und dann bleibt man so lange draußen, bis das Futter eigentlich zu Ende ist. Bei mir ist das meistens Mitte Dezember. Und dann werden sie im Stall weitergeschüttet. Der extrem trockene Sommer ist auch für Schäfer Lachner nicht ganz einfach. Es wächst zu wenig Futter für seine Schafe. Die sind auch empfindlich. Zum Beispiel vertragen sie Klee nicht so ohne weiteres. Doch der Schäfer weiß, wann auch dieses Grünzeug bekömmlich ist. Man muss aufpassen, dass die Schafe nicht nüchtern sind. Dass sie nicht zu viel fressen auf den ersten Mal. Dass es nicht bläht. Es ist besser, wenn sie vorher schon einigermaßen voll sind, wenn man vorher anfängt. Und dann, bei der Koppel ist es dann sowieso, dass man den nicht nüchtern werden lässt. Dass man immer wieder Portionen dazugibt. Und das funktioniert so. Der Weidezaun wird einfach versetzt. Die leichten Netze sind dafür ideal. Damit kann der Schäfer seine Tiere dorthin bringen, wo das richtige Futter in der richtigen Menge wächst. Durch die Landschaft zieht er nur selten. Nein, das mache ich nicht. Ich ziehe nur, im Sommer bin ich auf meine eigene Wiesen, auf der Koppel. Und dann im Herbst gehören die Bauern auf die Koppel. Die wollen mir anbieten, dass ich das weit bei Weiden und vielleicht einmal 2-3 Kilometer im Umkreis von meiner Ortschaft. Diese Lämmer haben sich verlaufen. Sie stehen auf der falschen Seite des Zauns. Auch ihre Mutter ist da ratlos. Das Problem löst Schäfer Lachner, indem er einfach den Zaun abbaut. Damit zusammenkommt, was zusammen gehört. Es sind schlimme Schicksale, die Menschen erdulden müssen, die an Demenz erkranken. Gerade mussten wir lesen, dass der frühere Nationalspieler Gerd Müller betroffen ist. Der Verlust von Erinnerung und Denkvermögen führt zu einer immer weiter zunehmenden Unselbstständigkeit. Schlimm ist es auch für deren Angehörige, die den förmlichen Zerfall des Geistes eines geliebten Menschen mit ansehen müssen. Wir waren beim Demenzforum in Bad Rodach dabei. Oft wohnen Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in Pflegeheimen. In anderen Fällen wiederum wohnen sie zu Hause oder bei ihren Kindern und werden von Angehörigen gepflegt. Eine, die jahrelang ihre erkrankte Mutter gepflegt und begleitet hat, ist Brigitte Bühlen aus München. Sie erzählte beim Fachtag Demenz in Bad Rodach in bewegenden Worten vom Zusammenleben und Miteinander mit ihrer demenzkranken Mutter. Schwierig war es, aber oft auch trotz alledem schön. Das können sie nicht ausprobieren. Da können sie keine Trockenschwimmübungen machen. Das geht definitiv nicht. Bloß, was mir so wichtig ist, man sagt immer, das ist so eine Katastrophe, die Demenz. Also für meine Mutter, muss ich Ihnen ehrlich sagen, war es keine Katastrophe, weil sie das erste Mal in ihrem Leben alle Zwänge hinter sich hat lassen können. Also alles das, was uns immer so einschränkt und immer diese ganzen Konventionen und was wir machen und nicht machen und wo wir noch, das ist ja alles abgefallen. Also sie konnte in einer unglaublichen Freiheit leben. Freiheiten, die Brigitte Bühlen als sich sorgende und pflegende Angehörige nicht mehr uneingeschränkt hatte. So bekam sie auch die gesellschaftlichen Hürden mit. Ein Grund für sie, die Stiftung pflegender Angehöriger sowie einen Verein mit demselben Namen zu gründen. Mein Rat kann ich eigentlich nur insofern geben, als ich sage, jemand anderen suchen, der in einer ähnlichen Situation ist, sich zusammentun, gemeinsam zu überlegen, was man da, wo man wohnt, machen kann. Weil da zahlen wir Steuern und das wählen wir auch. Und dass man mal zum Bürgermeister geht, man sagt das und das bräuchte man. Und wenn ihr an runden Tischen sitzt, dann möchten wir auch dabei sitzen. Und wenn wir das flächendeckend in Deutschland erreichen würden, dass das ganz selbstverständlich ist, überall, so wie es überall andere Interessenvertretungen gibt. Etwa 1000 Zuhörer waren zur Demenzfachtagung gekommen. Denn die Erkrankung spielt in den Leben und Köpfen vieler Menschen eine Rolle, auch wenn darüber selten offen gesprochen wird. Und wir merken ja auch in unserer täglichen Arbeit, auch bei uns, bei Werfritz, es gibt große Probleme, große Mängel. Und ich war selber betroffen mit meiner Schwiegermutter. Also es ist schon ein weites Feld. Und ich denke, das wird immer weiter werden. Und solche Tage sollen einfach dazu beitragen, dass man, wie gesagt, sich weiterbildet, fortbildet. Die Firma Werfritz, die die Fachtagung organisierte, bat drei Referenten über das Thema Demenz und Alzheimer zu erzählen. Mal aus medizinischer, mal aus persönlicher und mal aus der Sicht einer Organisation. Die Intention? Das Thema an die Oberfläche bringen. Denn aktuell steigt die Zahl der an Demenz Erkrankten alleine in Deutschland jährlich um etwa 300.000. Es ist enorm wichtig, aber es muss einfach noch viel, viel mehr aufbrechen. Leben mit der Krankheit Demenz und Leben mit jemandem, der erkrankt ist. Beides ist eine Riesenherausforderung. Und wir bleiben noch beim Thema. Auch Anne-Marie Biermann hat Demenz. Die 89-Jährige liegt aus gesundheitlichen Gründen viel im Bett. Und was bei Blinden gut funktioniert, das soll auch bei Demenzkranken helfen. Hunde. Binden Filia mit ihrer Besitzerin Siglinde Wenger im Schlepptau. Das 3.700 Gramm schwere Leichtgewicht ist ein Therapiehund. Einmal in der Woche besucht die Kleine das Kompetenzzentrum für Demenz in Nürnberg. Hier treffen sie und Anne-Marie Biermann aufeinander. Die beiden genießen jede Sekunde zusammen. Und genau um viel Gefühl geht's bei der Sache. Patienten wie Anne-Marie haben schon viel von ihrer Gedächtniskraft verloren. Über die Nähe zum Tier sollen wieder Erinnerungen hervorgerufen werden. Klar, dass der Hund dabei mitspielen muss. Für Filia ist das aber kein Problem. Sie hat gern Aufmerksamkeit. Sie mag das, wenn viele auf sie schauen. Weil Zuchtziel war, zu gefallen und schaman zu sein. Das war wirkliches Zuchtziel. Anne-Marie Biermann hatte selbst nie einen Hund. Dafür Katzen. Wenn sie Besuch von Filia bekommt, denkt sie gern an ihre Katze Mikesch zurück. Ich möchte es nicht missen. Es war so schön. Und die hat uns hinter der Tür schon erwartet, wenn wir weg waren. Es saß sie schon parat. Man hat sich gefreut, wenn wir wieder da waren. Das war so rührend. Das muss ich wirklich sagen. Wie so ein Tier, das spürt, wer es auch gut mit ihr meint. Bis es halt eines Tages Schluss war, bis mal das Tier natürlich eingeschläfert werden musste. Das waren immer schlimmer Tage. Eine schlimme Erinnerung, aber eben eine Erinnerung. Filia weckt in der 89-Jährigen bereits vergessen geglaubte Gefühle. Und durch das Füttern von Leckerbissen kann die alte Dame dem kleinen Wildfang etwas zurückgeben, etwas Gutes tun. Auch das ist in einem gewissen Alter nicht mehr selbstverständlich, macht aber glücklich. Diese positive Wirkung entgeht auch ihrem Pflegepersonal nicht. Wenn jemand einen Hund hatte oder Tiere hatte, dann sind die auch sehr tierlieb. Und dann erinnert die das schon auch an ihre Lebensumstände, wie sie früher gelebt haben. Und das merkt man dann natürlich schon, dass man ihnen da so ein Stück Heimat oder von ihrer Biografie wieder was zurückgibt. Das ist zumindest für den Moment hilfreich und hebt die Stimmung der Demenzpatienten. Anne-Marie ist gedanklich wieder bei ihrer Katze. Eine schöne Zeit war das. Dabei wollte sie eigentlich gar kein Tier. Ich wollte früher keine, Gottes Willen, bloß kein Tier. Also ungefähr, bis wir es dann eben praktiziert haben. Und da war das so schön. Genauso wie jetzt mit Filia. Das Windspiel, so der Name der Rasse, ist ein kleiner Windhund. Durch ihre höhere Körpertemperatur von 39 Grad ist es für Anne-Marie besonders schön, mit ihr zu schmusen. Etwa eine halbe Stunde bleibt Filia bei der Seniorin. Dann heißt es wieder Abschied nehmen. Bis zur nächsten Woche. Dass die Pflegebranche Probleme hat, ist nichts Neues. Doch jetzt hat sie im wahrsten Sinne des Wortes auch gesundheitliche. Mitarbeiter in den bayerischen Pflegeheimen sind öfter krank als alle anderen. Aber was genau macht die Mitarbeiter krank? Und noch viel wichtiger, wo liegen die Lösungsansätze? Ein Bericht aus Würzburg. Seit mittlerweile 17 Jahren ist Thorsten Beck schon Altenpfleger. Seit 13 Jahren versorgt er hier im Würzburger Bürgerspital Senioren wie Hertha Ranninger. Ich muss sagen, mir macht mein Beruf immer noch Spaß, auch nach dieser langen Zeit. Ich hoffe, es ist auch noch weiterhin so. Was sich verändert hat, ich würde sagen, verschlechtert hat, sondern eher verändert hat, dass man immer mehr administrative Tätigkeiten zu erledigen hat, die auch wichtig sind. Aber diese Zeit fehlt mir bei der Versorgung des Bewohners. Seine Mittagspause verbringt Thorsten Beck im Pausenraum der Station. Doch dann braucht einer der Patienten Hilfe und Thorsten ist sofort wieder im Dienst. Die Dauerbelastung ist aber nur eines von vielen Problemen des Pflegeberufs. In öffentlichen Flashmobs kritisiert beispielsweise die Organisation Pflege am Boden den Personalmangel in den Betrieben. Das Personal ist überlastet. Und das hat Folgen. Der Report Pflege 2014 der AOK Bayern zeigt, in Bayern sind Arbeitnehmer im Schnitt 12 Tage pro Jahr krank. Bei Mitarbeitern in Pflegeberufen sind es fast 16. Braucht es also einfach mehr Mitarbeiter? Mehr Leute kann man grundsätzlich immer gebrauchen. Und es ist natürlich die Frage, wo kriegt man auch die Gelder dafür her. Wir könnten die Leute auch sicherlich zu 20 in den Frühdienst stecken, anstatt zu 5 etwa. Aber dementsprechend würde das deswegen nicht unbedingt besser laufen. Man muss wirtschaftlich vorgehen, sei es mit dem Geld und natürlich auch mit der Arbeitszeit. Seit mehreren Jahren betreibt das Bürgerspital aufgrund des Gesundheitsreports ein sogenanntes betriebliches Gesundheitsmanagement. Auch der massive Dokumentationsdruck soll zumindest etwas eingebremst werden. Vor allem aber sollen die Mitarbeiter aktiv mitverändern. Wo kann ich etwas besser machen? Wo kann ich den Urlaubsplan besser machen? Wo kann ich die Dienstplangestaltung geschickter arrangieren? Wo kann ich in meinem technischen Umfeld vielleicht auch bestimmte Punkte verbessern, die sich dann auf meinen Arbeitsalltag positiv auswirken? Als Betrieb profitiere ich davon, wenn meine Mitarbeiter gesünder sind, wenn meine Mitarbeiter mit den Belastungen am Arbeitsplatz besser zurechtkommen, wird das Betriebscleaner besser. Der Krankenstand sinkt und das rechnet sich auch für ein Unternehmen und rechnet sich vor allem für die Menschen, die hier gepflegt werden. Klar ist, die Pflege braucht Hilfe. Denn galten im Jahr 2013 noch 2,6 Millionen Menschen als pflegebedürftig, werden es im Jahr 2030 laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 3,5 Millionen sein. Schon im Sportbeitrag in der letzten Woche hatten wir mit Tobias Mürther und Michael Wohlgemuth zwei Extremsportler im Porträt. Die beiden Marathon-Debütanten werden aber von unserem diesmaligen Sportler noch getoppt, was Strecke und Dauer betrifft. Mein Name ist Bernhard Steinbücher. Ich do hobbymäßig oder leistungssportmäßig Langstreckenradfahren. Also Langstreckenradfahren beginnt ab 24 Stunden und geht dann bis zum längsten Radrennen der Welt. Das Racercross Amerika bis 4.800 Kilometer am Stück. Und sowas mache ich. Obelix würde sagen, die spinnen die Oberpfälzer. Doch eine Spinnerei ist der Sport von Bernhard Steinberger keineswegs. Der 35-Jährige aus Pösing, nur wenige Kilometer westlich von Cham gelegen, liebt die Extreme schon seit seiner Jugend. Vom Fußball kam er über Karate zum Boxen und dann... Ich habe zuerst Triathlon gemacht, da habe ich zwei Radunfälle gehabt. Da haben wir schon beide Schultern operiert gehabt, links und rechts. Und dann habe ich nicht mehr so schwimmen gekriegt, weil ich gerne gewollt hätte. Man sagt ja, neue Herausforderungen. Dann bin ich erst einmal 24 Stunden am Ergometer gefahren. Das war dann Weltrekord. Und dann bin ich auf die Straße gegangen und dann haben die Strecken aber länger. Dann wären es mal 24 Stunden, wären es 1000 Kilometer. Jetzt bin ich bei 2.200 Kilometer. Die Ziele wären aber größer praktisch. Die besagten knapp 2200 Kilometer fuhr er übrigens erst jüngst beim Race Around Ireland, einem Rennen entlang den Küsten Irlands, bei dem zusätzlich zur Strecke selbst auch noch 24.000 Höhenmeter überwunden werden mussten. Beim letzten großen Rennen habe ich ja vier Tage, 93 Minuten geschlafen. Also eineinhalb Stunden, auch vier Tage. Das ist halt nicht viel. Also man schläft maximal mal 15 Minuten oder mal 5 Minuten. Und das Rennen ist einfach, was zwischen Start und Ziel passiert, ist egal. Also ob ich jetzt massieren lasse, was essen da, trinken da, menschliche Bedürfnisse, mit duschen da. Also wer jetzt erst im Ziel ist das auch gewonnen. Und deswegen macht man die Schlafpause so kurz. Weil wenn jetzt eine Stunde Schlaffahrt dauert, eine Stunde wieder einfahren, mit dem Radl da manchmal langfahren, dass man die wieder aufholt praktisch. Doch was tun, wenn mal die Blase drückt oder man glaubt, dass man einfach nicht mehr kann? Die menschlichen Bedürfnisse sollte man dann unter dem Fahren erledigen können, wenn es so weit geht. Essen dringend am Sattel. Also bei 24 Stunden wird eigentlich gar nicht angehalten. Wenn dann die Distanz länger werden, dann manchmal auch einhalten. Es geht dann nicht anders, man ist ja auch bloß ein Mensch. Man wird ja natürlich müde, dann kann man zwar Koffein nehmen, das hilft dann auch irgendwann nicht mehr. Also es ist allgemein viel Kopf, sagt das Radlfahren. Also es ist eine mentale Stärke. Die Fahrer stehen während des gesamten Rennens immer mit einem Team im Funkkontakt, von dem sie immer wieder mit Nahrung, Koffein und vor allem auch vielen Geschichten zum Wachbleiben versorgt werden. Und trotzdem ist es für die meisten nur äußerst schwer vorstellbar, wie man vier Tage lang fast ohne Pause durchradeln kann. Also irgendwann bist du dann wirklich fast nur mit dem Unterbewusstsein. Wenn du einmal einen bestimmten Kilometer überschritten hast und bist müde. Beim letzten Rennen waren da neue Betreuer dabei, Kumpels, die mitgefahren sind, weil die machen das alle ehrenamtlich, also bekommen dafür kein Geld. Und ich war so fasziniert, dass das geht gar nicht. So, ja, ich seh da, dass es dann geht im Zöll nicht. Da waren so begeistert, dass eigentlich ist es unvorstellbar, dass du dann mehr oder weniger schon im Unterbewusstsein Radl fährst. Wenn du mal müde wirst, dann beginnt das Rennen jetzt wirklich, also die schwere Phase im Rennen. Dass du einmal mit dem Rücken oder Gesäßprobleme hast, ist ganz normal. Oder mit den Knie einmal, also leicht Schmerzen. Aber wenn du müde wirst, dann beginnt das Rennen wirklich. Eines der Geheimnisse Steinbergers ist, die ersten Tage ohne Tacho und dafür mit Pulsmesser zu fahren, um sich nicht zu übernehmen. Erst kurz vor Ende des Rennens, also 200 bis 300 Kilometer vor dem Ziel, beginnt er mit der Frage nach dem, wie weit noch. Seine Taktik beim Race Around Ireland, wer schläft, verliert. Die ging letztendlich auch auf und somit holte er sich nach 98 Stunden Fahrzeit mit insgesamt 93 Minuten Schlaf den Sieg auf der grünen Insel. Manchmal hatte aber auch er das Gefühl, er hätte keine Kraft mehr. Ich habe ganz normal aus Kraft noch. Ich bin auch bloß ein Mensch und habe Phasen dabei, am Rennen, was auch gar nicht gut geht. Und du hast halt ein Team dabei, die Motivierende, die damit Essen, Trinken versorgen. Also eigentlich habe ich es am leichtesten. Ich brauche das Radl von, wenn man es genau nimmt. Und Rallye kann ich mal nehmen und tut mir was weh. Und dann machst du mal eine kurze Pause. Aber du weißt, die Konkurrenz ist auch da. Und du bist so fokussiert im Rennen. Du weißt bloß noch, ins Zoll kommen ist ja schnell wie möglich. Weil dann habe ich eigentlich im Rennen bloß noch zwei Gedanken oder drei Gedanken, besser gesagt, wenn ich im Zoll bin. Das ist dann Dusche, Bier und Bett. Und das motiviert einen schon ziemlich. Wenigstens nimmt er es mit Humor. Denn etwas demotivieren könnte manchmal auch die Tatsache sein, dass er sich dieses Hobby selbst finanzieren muss. Mit Ausnahme einiger weniger Sponsoren. Deshalb kann es unter Umständen auch noch ein paar Jahre dauern, bis er sich seinen größten Wunsch und gleichzeitig sein absolutes Ziel erfüllen kann. Das Race Across America. Hier gilt es, 4.800 Kilometer und 52.000 Höhenmeter von der West- zur Ostküste der USA innerhalb von zwölf Tagen zu fahren. Qualifiziert dafür hätte er sich jedenfalls schon mal. Also es ist schon ein beeindruckender Typ. Und mit den menschlichen Bedürfnissen, da hat er sich ja so ein bisschen zurückgehalten. Das würde mich ja schon noch interessieren, wie das alles so funktioniert. Und naja, also Sekundenschlaf beim Fahrradfahren habe ich auch noch nie gehört. Das war TV-Bahn-Läufe heute. Nächste Woche gibt es uns natürlich wieder. Schalten Sie ein, wenn Sie mögen. Servus, bis dahin. Altenbuchinger Industrieimmobilien, Ihr Partner für erstklassige Immobilien. Aktuell bezugsfertig ist unser Büro- und Praxiszentrum in Titling. Wir als Eigentümer bieten Ihnen hier frei nach Maß planbare Räumlichkeiten. Kommen Sie mit auf einen Rundgang und lassen Sie sich von unserem belieben Konzept überzeugen. Mitten im Dreiländereck, unser exquisites Praxis- und Bürozentrum. Nur drei Minuten von der B85 entfernt erreichen Sie alle wichtigen Städte im Handumdrehen. 120 Parkplätze warten auf Sie direkt vor dem Haus. Derhobenes Ambiente, helle Räumlichkeiten für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Ausgestattet mit einem elektrischen Sonnenschutz für noch mehr Komfort. Hohe Decken und raumhohe Glastüren, modernste Sanitäranlagen. Unsere Immobilie ist für Büro-, Praxis- und Gewerbeflächen gleichermaßen geeignet und bietet auf allen drei Stockwerken 2400 Quadratmeter Fläche. Ihrer Kreativität bei der persönlichen Gestaltung der noch nicht ausgebauten Räumlichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Dabei sind auch technisch aufwendige Installationen, wie beispielsweise für medizinische Berufe, kein Problem. Komfort und Sicherheit durch fortschrittliche Lüftungs- und Brandmeldeanlagen sowie Rauchabzug. Jeder Gebäudeabschnitt zeichnet sich durch seine vollständige Barrierefreiheit aus. Bereits bezugsfertig das Dachgeschoss. Es besticht durch originell geschnittene Räumlichkeiten und elektrisch bedienbare Fenster. Darüber hinaus besitzt das Gebäude modernste technische Leitungen und einen Vollwärmeschutz. Interessiert? Egal welches Unternehmen Sie leiten, wir haben die passende Räumlichkeit. Aktuell sind noch drei Einheiten frei und das ohne Maklergebühren. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Was essen Babys gerne? Diese Frage beantwortet eine Ernährungsexpertin, werdenden und jungen Eltern bei einem Seminar aus dem AOK Gesundheitsprogramm. Die Kerninhalte des Seminars, was Babys gerne essen, ist die gesunde Ernährung für Babys in den ersten Lebensmonaten. Angefangen mit dem Stillen, dann geht es weiter mit der Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen, die es im Handel zu kaufen gibt. Dann sprechen wir über den Beginn der Beikost, also welchen Brei gebe ich zuerst, wie ist dieser zusammengestellt. Und zu guter Letzt sprechen wir über allergiegefährdete Säuglinge und was man dabei beachten muss. Bei einem weiteren Treffen geht es dann an die Praxis, beziehungsweise an den Herd. Die zweite Einheit ist der praktische Teil, da werden wir gemeinsam mit den Teilnehmern verschiedene Brei kochen, diese verkosten und am Ende mit den industriell hergestellten Breis vergleichen. Doch nun zur wichtigsten Frage. Wie kommt das Seminar denn bei den Teilnehmern an? Der Kurs ist sehr zu empfehlen, besonders für werdende Mütter, junge Mütter. In unserem Kurs ist ein werdender Vater mit dabei, eine Großmutter ist mit dabei. Und ich werde auch in Zukunft versuchen, bei weiteren Seminaren vom AOK Gesundheitsprogramm teilzunehmen, weil sie einfach sehr interessant sind und mir sehr gut gefallen hat. Sehr viel Spaß gemacht, sehr informativ, sehr viele Seiteninformationen und hat es auch sehr gut geschmeckt. Man hat unterschiedliche Preise jetzt hergestellt und wir versuchen, viel selbst zu machen. Zum Thema Ernährung gibt es bei der Gesundheitskasse natürlich weitaus mehr Seminarangebote für die AOK-Versicherten als nur zur Babynahrung. Die Ernährung spielt in verschiedenen Lebensphasen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel in der Schwangerschaft oder bei kleinen Kindern, dann wieder bei Jugendlichen oder auch, wenn man später berufstätig ist und die Zeit viel knapper wird. Genauso bei Senioren, die zu Hause sind oder noch einen aktiven Sport betreiben. Und darauf haben wir uns eingestellt und bieten für die einzelnen Gruppen die entsprechenden Angebote an. Informieren auch Sie sich über die für AOK-Versicherte kostenfreien Gesundheitsseminare. Entweder im Internet oder in Ihrer AOK-Geschäftsstelle. Die Seminare kommen bei unseren Versicherten sehr gut an. Offensichtlich treffen wir damit den Zeitgeist, auch in Kürze viel zu einem bestimmten Thema zu erfahren. Und das hat uns auch dazu angeregt, unser Seminarprogramm im Jahr 2015 weiter auszubauen und neue aktuelle Themen anzubieten. Löwenbiere-Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. TV Bayern live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020